Alarm! Alarm! Hi Folks! Sonntag, 15 Uhr, Zeit für eine neue Ausgabe, Bernie reagiert. Wisst ihr natürlich, sonst werdet ihr nicht am Start. Am Montag, Montag, der 1. September auf jeden Fall, wurden die neuen Nvidia RTX 3000er Grafikkarten vorgestellt. Für mich ziemlich interessant, ich bin nämlich gerade absolut im Technik-Hype, da ich mir spätestens nächsten Monaten komplett neuen Rechner zusammenstellen möchte. Da soll natürlich auch das Aktuellste vom Aktuellsten rein und deswegen war diese Präsentation von Nvidia von den neuen Grafikkarten für mich super spannend. Eins vorweg, das hier wird kein Technik-Video, so tief stecke ich in der Materie nicht drin. Wenn ihr da genauere Informationen haben wollt, guckt gerne mal bei DasMonti oder der Hardware-Ecke vorbei. Da werdet ihr auf jeden Fall richtig gut beraten und richtig gut aufgeklärt. Was hat Nvidia denn da jetzt überhaupt vorgestellt? Wie gesagt, es gibt jetzt die neue RTX 3000er-Reihe. Vorgestellt wurde die 3070, die 3080 und auch die 3090. Ich habe halt die ganze Zeit darauf spekuliert, ich war da so gespannt drauf, weil ich einfach wissen wollte, was können die Dinger und vor allen Dingen Costa-Quanta. Denn ich muss ja ungefähr so ein bisschen planen, wie viel ich in meinen neuen Rechner reinstecke. Ich habe mir so ein Budget gesetzt gehabt für die Grafikkarte von 1200 Euro im besten Fall. Das heißt, wenn die dickste Karte wirklich so für 1200 Euro zu haben gewesen wäre, dann hätte ich da eventuell zugegriffen. Das Ding ist jetzt ein bisschen teurer. Die 3090, das absolute Flaggschiff mit 24 Gigabyte, kostet tatsächlich 1500 Euro. No way, da bin ich raus. Das ist selbst mir zu teuer. Das brauche ich auch nicht. Deswegen habe ich mich bis jetzt erstmal dafür entschieden, dass ich eine 3080 nehme. Die liegt so bei knapp 700 Euro und ist laut den Statistiken und laut der Vorstellung von Nvidia knapp 30% besser als eine 2080 Titan. Hui, das ist auf jeden Fall erstmal eine richtig krasse Ansage. Ich habe, wie gesagt, in meinem Rechner aktuell eine 1080 drin, die auch noch überhaupt kein Raytracing unterstützt. Und ich bin eigentlich immer in Technik-Sachen jemand, der eine Generation überspringt. Sprich, die 1080, die 2080 oder 20er Reihe habe ich komplett ausgelassen. Und jetzt wird die 30er Reihe für mich natürlich wieder sehr interessiert. Raytracing soll wohl tatsächlich sichtbar sein. Man soll es sehen. Man soll die Unterschiede auf jeden Fall erkennen. Ich kann da nichts zu sagen, weil ich es noch in keinem Spiel gesehen habe. Ich habe, wie gesagt, keine Raytracing-fähige Grafikkarte. Was sich aber dann tatsächlich demnächst ändern wird mit der 3080, die ich für mich einfach mal so auserkoren habe. Und das wird definitiv eine ziemlich spannende Geschichte. Denn für 700 Euro eine so heftige Karte zu bekommen, finde ich persönlich schon ziemlich, ziemlich gut. Das Ding hat 10 GB GDDR6X Arbeitsspeicher. Da gibt es viele, viele Leute, die sagen, 10 GB, das könnte aber irgendwann knapp werden. Ich habe aber dazu einen ziemlich interessanten Kommentar unter einem YouTube-Video gelesen. Und das ist auch so die Meinung, die ich habe. Denn dieser GDDR6X Arbeitsspeicher auf der Grafikkarte, der ist ja im Endeffekt viel schneller. Und den kann man eigentlich eher gleichsetzen mit so bis zu 16 GB Arbeitsspeicher. Ich habe da also keine Bauchschmerzen, mir eine 1080 mit 10 GB Arbeitsspeicher zu kaufen. Wobei ich natürlich sagen muss, mehr ist immer besser. Also haben ist natürlich besser als brauchen. Es wird natürlich, so wie immer, viele Custom-Design-Karten geben. Ob das jetzt von Gigabyte, MSI, EVGA, Asus, whatever noch alles ist. Da werden dann wahrscheinlich hier und da noch so ein paar Stellschrauben gedreht. Die werden auch etwas teurer sein, höchstwahrscheinlich overclocked. Da wird RGB verbaut sein und so weiter und so fort. Andere Lüfter sind da drauf. Das ganze Lüftungssystem wird noch ein bisschen verändert. Ist alles ziemlich interessant, wobei ich persönlich tatsächlich sagen muss, dass ich die Standard-Karten, so wie sie jetzt von NVIDIA vorgestellt wurden, mit dieser Belüftung sehr interessant und auch sehr hübsch finde. Und ja, das finde ich dann natürlich auf der einen Seite ein bisschen schade, dass diese ganzen Custom-Design-Karten anders aussehen. Irgendwie cool, aber irgendwie auch schade, dass man da halt im Endeffekt das originale Design nicht übernimmt. Wird sehr interessant, die Zukunft auf jeden Fall mit diesen Karten. Ich bin, wenn ich sie denn dann wirklich in meinem neuen Rechner drin laufen habe, sehr gespannt, wie das Teil wirklich läuft, wie das rennt. Das wird man aber vielleicht im Vorfeld dann auch schon durch den einen oder anderen offiziellen Test logischerweise lesen und hoffentlich auch bestätigt kommen, so wie NVIDIA die Leistung dann auch wirklich angekündigt hat. Spürbar, hoffe ich zumindest, will ich natürlich beim Zocken was merken, logischerweise durch die Race-Tracing-Effekte, die ich momentan noch nicht habe. Und was natürlich für mich auch sehr wichtig ist, ihr wisst, ich habe ja diesen YouTube-Kanal hier in diesem kleinen und rendere Videos. Und ich hoffe natürlich, dass sich da mein Workflow, die Schnelligkeit der neuen Grafikkarte verändern wird. Okay, wie sieht es denn bei euch aus? Wie ist eure Meinung zu der neuen RTX 3000er-Reihe von NVIDIA, zu der neuen Grafikkartengeneration? Habt ihr euch das angeschaut? Interessiert euch das gar nicht? Sind euch die Karten vielleicht zu teuer? Sind euch die genau richtig? Welche habt ihr euch ausgesucht? Ich würde gerne von euch mal wissen, wie ihr zu diesem Thema steht. Ich bin auf jeden Fall super gehypt, gerade aus dem Grund halt, weil ich mir einen neuen Rechner zulegen möchte und dort dann eine 3080 RTX NVIDIA-Karte reinballern werde. Das soll es auch eigentlich schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Könnt ihr immer mit einem Daumen nach oben zeigen und könnt auch gerne wiederkommen. Also damit ihr in Zukunft nichts verpasst, einfach mal ein kostenloses Abo dalassen. Wir sehen uns aller spätestens am Mittwoch wieder. So viel kann ich schon mal verraten. Und ansonsten könnt ihr natürlich gerne hier unten wie immer meine letzten beiden aktuellen Videos anklicken. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Bernie81. Tschüss.